Servus liebe Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin ein bisschen spät dran, ich weiß, ich will aber natürlich nicht den Wochen Recap verschlafen. Und zwar von der vergangenen Woche, von der Kalenderwoche 48. Ich bin jetzt gerade, es ist 19 Uhr Montagabend, ich bin quasi kurz davor noch mal ins Auto zu steigen und zum Schwimmbad zu fahren. Denn außerplanmäßig gehe ich heute Abend zusätzlich noch zu Mittwoch und Freitag zum Vereinsschwimmen. Denn meine Woche begann heute früh damit, dass ich in der Schwimmbad umkleide, gemerkt habe, dass ich meine Badehose vergessen habe. Und dann bin ich dementsprechend unverrichteter Dinge wieder nach Hause gefahren und habe dann meinen Tag mit Tempoläufen auf dem Laufband begonnen, weil ich jedoch noch recht viel vereist war. Lange Rede, kurzer Sinn, wir switchen mal rüber und schauen uns meine Stats bei Mats an. Und ich kann mir eine Schoko, Nikolaus. Eine Schokokugel. So. Was war los letzte Woche? Ja, dann doch wieder einiges. Ihr seht hier noch die Kalenderwoche 47. Also die vergangene Woche hatten wir ja schon drüber gesprochen. Im Video mit dem Schlosslauf im Memmelsdorf. Der war eben ja am Sonntag, also am 26.11. dementsprechend Montag. Anders als heute, keine Belastung auf dem Laufband oder keine Belastung beim Laufen, sondern diese Woche etwas anders strukturiert. Montag, Dienstag, Mittwoch nur Umfang. Ihr seht es am Montag hier, vier Stunden, neun Minuten. Am Dienstag drei Stunden, 49 Minuten. Und am Mittwoch fünf Stunden, 20 Minuten. Am Mittwoch habe ich mir die komplette Jan-Ulrich-Doku gegeben, als ich auf der Rolle saß. Kann ich nur empfehlen. Ist allerdings, finde ich jetzt auch nicht so, der Begriff für schwache Nerven trifft es jetzt vielleicht nicht, aber ist auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich finde so an Sport-Doku-mäßig eigentlich echt das Beste, was ich seit Langem gesehen habe. So natürlich die Netflix-Produktion von der Tour de France. Das Geschichte, das ja so ein bisschen von den Machern auch von Drive to Survive und so war, hatte irgendwie einen ganz anderen Spin. Man muss aber auch dazu sagen, die Jan-Ulrich-Geschichte ist jetzt definitiv keine, die einen motiviert, die einem irgendwie positiv stimmt. Sondern ich finde in ganz vielen Dingen schon ziemlich deprimierend auch. Damit habe ich mich am Mittwoch bei meiner Einheit auf der Rolle, drei Stunden Lid, unterhalten. Hier bin ich gefahren, 139er Puls, 187 Watt Leistung im Schnitt. Also für mich eher unterer Bereich im Lid-Bereich. Der geht so von 185 bis 210. Donnerstag, Ruhetag, deutlich weniger Umfang, eine Stunde 50 schwimmen, 50 Minuten und eine Stunde Kraft. Und dann am Freitag mit drei Stunden 50 das erste Hit-Programm. Und habe ich ein Video dazu gemacht, könnt ihr euch gerne nochmal anschauen. Und eine Stunde Lid laufen, abends eineinhalb Stunden schwimmen im Verein. Auf der Langbahn, Montag, Mittwoch ist da immer auf der Kurzbahn, also 25 Meter. Und dann tatsächlich, ich habe lange hin und her überlegt, am Samstag nochmal auf der Rolle, 195 Watt im Schnitt Leistung, 133er Puls. Also ein bisschen mehr Leistung, ein bisschen weniger Puls. Das passt gut. Dann allerdings nur noch 30 Minuten Dauerlauf am Nachmittag. Den habe ich auch auf dem Laufband gemacht. Und da habe ich es aber wirklich ganz, ganz locker angelassen. Was habe ich im 4,41er Schnitt? Die Zwischenzeiten. 5,0, 4,49, 4,38, 4,33. Und dann bin ich bei 4,33 Pace geblieben. Also ich habe immer irgendwie um 0,2 kmh auf dem Laufband alle paar Minuten erhöht. Und dann am Sonntag nochmal eine Stunde 30 im Wasser gewesen für 4,5 Kilometer. Das war allerdings auch wirklich eine gute Einheit, muss ich sagen. Ich habe seit, glaube ich, fast zwei Jahren ungefähr, habe ich auch diese Form Swimgoggles, die schon für hartes Schwimmen echt ganz angenehm sind. Klar, ich habe auch die Schwimmbaduhr, aber sie hat halt einerseits den Vorteil, dass sie auch noch zählt. Man hat eine sehr akkurate Zeitmessung. Also ich komme damit gut zurecht. Das Einzige, was wirklich total stört, ist, dass der Blickraum sozusagen, oder wie sagt man da, die Möglichkeit, viel von der Bahn zu sehen, die ist total limitiert. Also wenn man dann wieder zurück switcht, meistens mache ich meine Einschwimm-Technik, Steigerungen, Sprints vorher, alles mit einer normalen Schwimmbrille. Dann mache ich das Set, das ich mir vorgenommen habe, mit den Swimgoggles und dann das Ausschwimmen oder wenn ich dann noch längere Sets schwimme, jetzt bin ich dann noch 3x600 hinten drauf geschwommen, dann auch wieder mit normalen Brillen. Und was für mich ganz interessant ist, dass da ja auch noch die Zugrate angezeigt wird und auch die Distance per Stroke. Und das für mich total spannend zu sehen, weil ich da dann auch einfach sehe, also jetzt war ich schon auch viel am Rotieren einfach, also habe schon geschaut, dass ich eine hohe Frequenz habe, um einfach die Zeiten hinzubekommen. Ich hatte dann im Schnitt 36,8 auf die 50, also ich bin 3x10x50 geschwommen, eine 2 Minuten Serienpause, die ich außerplanmäßig eingebaut habe. Und damit war ich sehr, sehr, sehr zufrieden, also dass ich das so durchschwimmen kann, das zeigt einfach, dass das im Schwimmen wirklich vorangeht. In der Gesamtsumme der Woche ist ja auch immer viel interessant, kommen wir dann auf 24 Stunden, 59 Minuten, 7 Stunden 20 im Wasser für 22 Kilometer, 11 Stunden 54 auf dem Rad für 376 Kilometer, ist halt immer schwer einzuschätzen, wie adäquat das ist mit den ganzen Rolleneinheiten, die Distanz. Und 3 Stunden 45 für 52 Kilometer zu Fuß, dazu 2 Stunden Krafttraining und das war's mit dieser Woche. In der jetzt aktuellen Woche bin ich jetzt im Prinzip mit dem Montag schon so gut wie durch, da steht jetzt dann nur noch das Vereinsschwimmen an, was auch wieder fordernd wird, aber da freue ich mich jetzt dann gleich drauf und ansonsten bin ich mal gespannt, weil ich ja die kommende Woche dann zur Leistungsdiagnostik eben nach Köln fahre, deswegen bin ich gespannt, wie lang der Samstag noch wird oder ob wir da sogar auch schon ein bisschen abkürzen, weil am Dienstagabend die Diagnostik auf dem Rad ja ist. Das werden wir aber dann, werde ich morgen mit Sebastian besprechen, wie da unser Plan ist und dann ist auch Ende nächster Woche sogar schon ein Schwimmwettkampf, wo ich, anfangs war geplant, 1500 schwimmen muss, jetzt hat es sich aber irgendwie geswitcht auf 400 und 800. Boah, 400 Meter ist schon eklig, das sind schon andere Schmerzen auch nochmal, als 1500 zu schwimmen. Wir werden mal sehen, kann sein, dass sich das noch das ein oder andere Mal hin und her switcht, aber gucken wir mal. So, in diesem Sinne, ich wünsche euch eine schöne zweite Adventswoche, besinnliches Training und dann, ja, hören wir uns auf jeden Fall im Laufe der Woche noch bei, ein Video ist schon geplant für Ende der Woche, für einen Freitag geht es online und dann das zweite Video, ja, bis jetzt das eins und mal gucken, ne, genau. So, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, wir sehen uns beim nächsten Mal, peace.